Wieder Gewässer am Soxie und eins war es die Aufgabe der Töte die Magie in der Dornen zu halten. Ladevorgang. Na schlängel dich nach links und rechts und links und rechts und zu beschleunigen. Die Anja, das ist die die gerade geredet hat, das Persönchen und der Nico, das bin ich. Wir spielen Snake Pass Folge Nummer 7, Mission Nummer 7 und schlängeln uns durch dieses Spiel. Schlängel dich da hoch! Links und rechts und links und rechts. Da wird bestimmt gar nichts sein. Da guck ich. Wer hat jetzt hier irgendwelche Geheimnisse offenbaren? Den Tod. Warte, 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 da komm ich hoch. Siehste? Rechts wir sind noch weiter gegangen. Jetzt kommt alles. Ist das denn ernst? Und Ruhe! Oh! Wie ein junger Gott. Eigentlich wärst du da links, hättest du da hoch müssen, oder? Ah ne, das war ein bisschen, wo es runter tropft. Puh, so. Ich weiß nicht, ob man da eigentlich hoch sollte. Das interessiert dich aber auch eigentlich gar nicht. Ne. Ich will das jetzt hier einfach machen. Das war jetzt völlig umsonst, oder? Ja. Kann ich mich umnehmen. Ach guck mal. Aha. Eher um den Stachel. Bald bin ich auf dem Baum. Komm schon. Komm schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Kann man echt so hoch? Was ist denn los mit denen, Leute? Ne, ich geh hier raus. Das ist scheiße. Aber jetzt haben wir mal gesehen, dass man da hochkommt. Mhm. Ui, Käfer. Okay, hier kann man ins Wasser, das sind auch schon die ersten Püppel. Mhm. Oh, hier direkt am Anfang schon das Schluss macht teil. Guck dir das an. Das Schluss macht teil. Das Schluss macht teil. Das Schluss macht teil. Ähm. Oh. Die Brücke, da kann man kaputt gehen. Da kann man kaputt gehen. Andréa. Ja. Ui. Boah. Das ist wieder unter Wasser lang. Ich hab hier so. Komm. Das ist nur so eine Kackwurzel. Ja, ne. Okay, da ist so ein Drehdinger. Ja, schon. Unterwasserpüppel. Unterwässerisch. Huah. Ey, geilhaft. Gesundheit. Huah. Wirst du krank? Ja. Ja. Aber warum... Nico, ich mach mir Sorgen. Ist das die Rache jetzt? Eventuell. Mehr ist hier nicht gewesen, ne? Ähm, ne. Du konntest da höchstens an den Stangen noch hochklettern. Da war noch ein blauer Bubbel. Ne. Stangen. Mhm. Ja, ja. Ich wollte nur wissen, ob im Wasser noch was war. Ja. Alles gut bei dir. Ja, alles gut. Dieses Symbol ist so verdächtig. Das geht bestimmt gleich auf, wenn ich den... Nein. ...mechanismus da habe. Doch. Nein. Doch. Einfach nein. Trau mir doch mal. Das wird vielleicht hoch sparen, so. Aber ansonsten... Oh. Gott, was hab ich getan? Dich eingeknotet. Der Monsterknoten, ja. Oh, hier Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Jetzt mal das Ding aktivieren. Uiii. Stimmt, ich rumschlängeln. Ja, ja. Uiii. Ich glaube, ich schlängel in die falsche Richtung. Ja. Das mag sein. Haha. Und nochmal. Jetzt aber. Uiii. 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 Da, ich sag dir, das geht auf. Du musst schon noch mehr schlängeln. Jaja, das sieht tatsächlich leichter aus als es ist. Was ist denn hier drin? Es ist leichter, als es so aussieht. Was hab ich gesagt? Du hast es so gesagt, wie es eigentlich richtig wäre. Oh. 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 Du stirbst. Oh mein Gott. Dein Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht so gedacht. Falsche Rettung. Na ja, da kannst du recht haben. Ja gut. Ich fährst jetzt so. Ich erlucke dich, Lugo. Sehr konzentrierte Blick dabei. Ich will nochmal, ich will, dass das ganz oft ist. Geht nicht mehr. Ja, okay, dann ist das ganz auf. Ich habe es wieder beim Wasserbecken genommen. Das war die andere Schlange, die quasi aufgegangen ist. Boah. Ja, sehr schön. Warten Abenteuer. So, jetzt aber hoch. Schaffe ich das nochmal? Das klingt zwar nicht so, aber es haut hin. Es haut alles hin. Yes. Die sind halt die sich bewegenden Teile, die machen mich richtig kirre. Okay. Oh nein, der Bubbel. So, jetzt aber. Hier, sonst irgendwas liegen lassen? Da nicht. Da hinten nicht. Erstmal nicht. Blöße an. Weichert Teil, das hole ich mir erstmal. Und da hinten ist noch ein Bubbel. Wie hättest du das nicht aus dem Blase? Da hinten? Oder was meinst du? In meiner Hunde, auf diesem Absatz war eine Bubbel, aber hä? Du hast bestimmt nur das da hinten gesehen und das ist so optisch, dich getäuscht hat. Ich wurde getäuscht. Oh, das war mal eine Idee jetzt. Was war denn, wenn es unten ist? Jetzt? Oh, scheiße. Ne, komm. Ne, komm. Ne, komm. Oh, das tue ich, das tue ich. Oh. Okay, jetzt kommst du. Du bleibst jetzt da. Hä? Oh. Nein. Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt, wie man sieht. Die Idee war da. Oh. Was ist denn los mit dir? Oh. Oh, du warst zu schnell, du warst zu schnell. Oh mein Gott, du warst zu schnell. Oh. Äh, ja. Ganz deine Meinung. Jetzt aber. Hui. Vielleicht mach ich erstmal ein nach dem anderen. Oh Gott. Oh, das ist ein nach dem anderen. Ich schwör auf dem nächsten drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja das Umkringel ist an sich ja gut, aber es... NEIN! Sie ist verfehlt. NEIN! Aber mit Bravour. Was war denn da los? Bis auf jeden Fall gekonnt. Vorbei geschlängelt. Oh man, ey. Oh. Das Typing war ganz, ganz groß. Geh Start. Jetzt nicht. Einfach über den Kopf gehen. Warte, warte, warte. Ja, da bist du glaube ich zu spät los. Ja, vielleicht. Spass mich ganz von mir. Ich verstehe jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. 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 Das Rumschlägen ist halt voll scheiße, aber dann hält er sich halt da fest an der Stelle. Was ist passiert? Was ist passiert? Voll der Hochstarter. Scheiße. Jetzt. Nein. Oh Mann, ich raff es nicht! Oh, ich krieg Krankheiten. Oh, keine guten. Ich muss mich wieder krank pflegen. Ich muss mich wieder krank pflegen. Ja, ein bisschen Hepatite. Gesund pflegen. Ich kann doch nicht arbeiten gerade. Das Ding ist, du musst dich halt übel schwer rumschlängeln. Hä? Oh, die Perspektive macht mich aber auch so ein bisschen fertig, ne? Und wenn du die Kamera hinter dich machst? Ja, dann kannst du nicht so richtig... Oh das. Oh ja, oh... Oh nein! Nein! Ich war doch dran! Aber hey, mein Tipp war vielleicht gar nicht so schlecht. Meine Gippe! Ich war doch so was von dran, erzähl mir doch nix, ey. Okay. Und die hat ja der letzte entscheidende Millimeter gefehlt, ja? Oh. Oh, jetzt. Wuhu! Wuhuhui! Katatoui! Oh! So, ein Stück vergessen. Was ist der zweite? Ich hole, dass wir den erstmal... Oh! Was tue ich denn? Ah! Weiß ich nicht! So. Irgendwie unten was? Nein, da ist mal der sichere Tod. Äh, ja. Eventuell. Da ist wirklich der sichere Tod. Ziemlich sicher. Äh, ja. Ich geh da mal rüber. Die Map sieht allgemein sehr einladend aus. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Und jetzt! Yeah! Ja! Oh, weil du bist so leidend. Oh mein Gott, das ist ne Münze. Oh, da musst du dann nochmal... Wo ist die Münze? Na, da unten. Da. Ah, ja. Okay. Aber das mach ich später. Erstmal hier oben lang. Erstmal hier oben lang. Ah, nein. Scheiterts über die... Falsche Recho. Sack. Sack. Äh. Können wir nicht runter. Glaube mii. Einfach hier so runterpressen. Jep. Du bekommst Gewicht runter. Ah, dann kann man dann auch noch das Wasser hören. Mhm. Fair. Ja. 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 Schlingel, schlingel, schlingel. Nein, nein, nein. No, 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 no. Oh, das sieht verdächtig aus. Ja, da ist die. Ah, das ist die Stelle. Ja, ja. Hab ich schon gespeichert irgendwo? Ist schon ein bisschen länger her. Ah, dann speichere ich vorher. Bevor ich sowas mache. Nur wo? Ich glaub, da müsstest du wieder runter, oder? Oder hoch. War ich hier schon? Ach so, das ist das mit dem... Da oben war aber ein Speicherpunkt, oder? Äh, ich glaube. Deswegen manche, da musstest du hoch, oder halt jetzt zurück über die Brücke. Aber das wäre halt... Ja, die Brücke ist jetzt auch gefährlich, also... Oh mein Gott. Wow. Da. Oh Mann. Und jetzt zur Münze. Sonst hatten wir... Kannst du dich jetzt runterfahren lassen? Theorie schon, ne? Wie komme ich denn da hinten hin? Vielleicht unterdurchtauchen oder sowas. Ich bin da aber nicht, ne? Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so testen würde. So. Wow. Oh man. Gut, dass er sich dabei nichts tut. Ja. So eine Helfanzeige wäre halt auch echt mies. Oh Gott, wenn die Lichtung gut kommt. Pfff. Äh, ja. Äh, ja. Das war... Das war nicht so toll. Ich hab's brauchen. Wow. Da geht's echt tief runter. Äh, ja. Das sah gerade aus, als wäre das Spiel in Zeitlupe. Also ne, diesmal werde ich direkt erstmal wirklich um irgendwas rumschlängeln. Oh mein Gott. Oder auch nicht. Oh Gott, die sind aber richtig fies gesetzt. Schlingel dich da rum, schlingel dich da rum, schlingel dich da rum. Oh mein Gott. Wo ist das? Oh. jetzt mal gucken was hier unten abgeht also irgendwann irgendwas was da auf jeden fall aufgeben ja das wird sich definitiv irgendwann öffnen oder sind ja ich habe ihn fast und dann vorbei jetzt beim wasser weiter war jetzt auch kein bubbel also ich habe keins gesehen aber die sind halt auch blau aber sie nicht so aus nicht wieder einen vergessen nee das war so nervig im letzten part das ding noch mal zu finden ganze map noch mal abzugehen fängt an so einer stelle die man hätte auch eigentlich sehen können ja ja es war nicht cool dass wir vergessen haben oder eine münze das hat aber geklappt da könnte ich hoch habe ich gehe mal hier bisschen unterwässrig gucken hier sprechen auch ja ja nur so hoch du schaden vielleicht ist ja hier noch irgendwie was nehmen bei diesem dreh ding ist auch nicht aber es hätte auch mal kurz anwanderstelle macht es für mich glaube ich nicht besser das hat doch mal funktioniert weggefahren von der nase noch mal hier irgendwie ums eck ist ja alle möglichkeiten genau geht das jetzt nicht so lustig die stelle ich habe halt so ein paar ein bisschen panik wenn ich da die die stacheln sehe hat jeder panik wow what happened weg geschleudert ok was ist hat sich der füge beschleudern lassen ohne zu langsamm Ja. Oh, nein! Simpel Knie-Knie. Gut, dass er gesehen hat. Oh, yes, oh, yes! Woa! Klatsch! Sehr schön. Wie stehen wir? Noch so viel. Na ja, wir haben ja auch noch nicht alles abgeguckt. Also hier ein bisschen, ja. Jetzt über die Brücke. Oh, jetzt stirbt gerade wieder. So, das geht relativ simpel. Simpel! Mal hier im Wasser war ich auch noch nicht. Da guck ich mich, glaub ich, jetzt einmal als erstes um. So, was ist da los? Also auf jeden Fall eine Kugel, sehe ich. Ja. I am the Terminator. Wirklich. Adrian! So. Hier, da oben ist... War aber nicht, Arnie. Ist egal, es weiß die gleiche. Oh Gott, hier ist der wieder so übelst weit oben. Ja, wirklich? Ja. Nein. Was? Oh! Ganz eklig. War das anstrengend. Ganz eklig. Ganz eklig. Da geht's wieder raus. Da ist noch ein Buckel. Aha. Fünf noch. Immer noch so viele. Ja. Ja, ja. Kuck mal. Durchgang. Durchgang. Ah! Ah! Zwei. Nice! Okay. Ein Münzu und fünf Bubels Bubel. Oh, crappy. und so ein überstein noch also da ist ein bugel auf jeden fall das war ich knapp was passiert ja da werde ich wohl noch mal hoch auch und cool auch das scheint so speicherpunkt da oben wird nichts sein wahrscheinlich einfach dass du aussichtspunkt mäßig schauen kannst und da ist auch das entteil das ist aber auch nicht so einladen jetzt aber schaffe ich das wird das wird das wird vertraue mir verrückt ja ich gehe da noch mal genau kommen jetzt weg von den kack felsen aber hier aha du bist diese bucke eine münze fehlt ja auch noch da war das speicherding das heißt muss jetzt nach da ist wieder so eine fehler ist bestimmt der entlose oder so ja irgendein vogel auf jeden fall ja voll auf schlangen steht ich habe nicht mehr durchgesehen nein das ist immer so ein kreuz wie begeistert der hoch ist nein irgendwo musst du dich auf einem umschlängeln oder so ein zick-zack-kurs aha okay ins becken kommt ihr könnt mir jetzt nicht erzählen dass das ding her ist oder hier ist was hier ist die münze auf jeden fall nicht schon wieder ein puppel doch doch oh nein es ist langsam sicher schlängeln können wo soll sie sein dann nicht die machen mich fertig anja ich denke mich hier nochmal um passt genau aber ich würde mal meinen hier oben haben wir das gut abgesucht also hier die passage komplett weiß nicht ob ich das wasser noch mal anschauen sollte ich habe da schon alles ganz toll abgesucht wahrscheinlich irgendwie fies versteckt das ist ein steinchen das wird richtig doof versteckt man sich danach fragt warum das ist das ist jetzt nicht wieder auf spieker das ist aber schnell ins umvertretung abschauchen abschauchen gummi schlägchen ja ja gewässer das war's damit alles gefunden super sagt er wenn euch dieses video gefallen hat dann liken teilen kommentieren abonnieren heikle höhen oh gott tschüss